Ich komme immer schon dorthin, oder wenn ich seitlich zu ihm stehe, komme ich hier rein, seitlich. Mit dem brauche ich zu ihm, weil er zählt auf mein Kinn, also muss er ankommen, sollte mit der Arme zurück. Der erste Kampfpapik ist unser V-Schoß, ich bin jetzt mal Film drin. Wir haben den Schritt schon gemacht, das kann ich irgendwo hier machen.